Georg Friedrich Wilhelm Hegel wurde 1770 als ältester Sohn eines herzoglichen Rentenkammersekretärs in Stuttgart geboren. Seinem Philosophie- und Theologiestudium im Tübinger Stift folgten Zeiten als Hauslehrer, Redakteur und Gymnasialrektor. Später ging er an die Universität Heidelberg und wurde 1817 Nachfolger Fichtes an der Universität Berlin. 1831 starb er an Cholera. Hegel gilt als der Vollender des deutschen Idealismus, der ein umfassendes weltphilosophisches System schuf. Dieses System gliedert sich in Logik, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes. Aufbauend auf Fichte entwickelte er mit der Dialektik eine Denkmethode, um sich mit den vielfältigen Lebensbereichen der Menschen zu beschäftigen. Hegel forderte, dass sich die Erkenntnis an der Naturwissenschaft zu orientieren habe. Romantik oder Religiosität lehnte er ab. Der wissenschaftliche Standpunkt sei Voraussetzung für alles Philosophieren. Die Wirklichkeit war für Hegel die Vernunft, der Geist. Mit seinen Gedanken zur Dialektik versuchte er, die Widersprüche der Wahrheit zu überbrücken. Objekt und Subjekt bilden Gegensätze. Gleichzeitig kann man nur von einem Objekt sprechen, wenn man sich das Subjekt dazu denkt. Auch ein Subjekt kann nicht ohne Objekt gedacht werden. Obwohl diese zwar Gegensätzen entsprechen und damit These und Antithese darstellen, bedingen sie einander. Sie sind im anderen schon enthalten. Aus These und Antithese entsteht die vermittelnde Synthese. Diese zeigt, dass alle Gegensätze eine Einheit bilden. Unser Modell veranschaulicht von unten nach oben die dialektische Methode durch aufklappbare Dreiecke. Hier einige Beispiele aus der geometrischen Formwelt. Erstens. Aus dem Sein des Lichts, hier der Spiegel, geht das Nichtsein hervor, die schwarze Fläche. Aus der Verbindung beider ergibt sich etwas Konkretes, in der Farbe Orange dargestellt. Auf den nächsten Stufen spaltet sich die neu gefundene Synthese nicht in ihre alten Bestandteile auf, sondern entäußert sich in ihr Gegenteil. Zweitens. Aus Orange entstehen nicht wieder Schwarz und Licht. Vielmehr bringt es die Komplementärfarbe Blau hervor. Aus beiden entsteht als Synthese die Dreieckskombination Blau in Orange. Drittens. Aus Blau in Orange wird Orange in Blau. Und aus diesen beiden zusammen Orange in Blau in Orange. Viertens. Aus einem eckigen Ineinander entwickelt sich ein runder Übergang. Und daraus leitet sich ein Zusammenhang von rund und eckig ab. Fünftens. Aus rund und eckig in ihrer Ganzheit folgt rund und eckig in ihrer Vielheit. Daraus resultiert eine Einheit in Vielheit. Sechstens. Diese Einheit in Vielheit ist zunächst radialsymmetrisch. Sie hängt nur vom Abstand zu einem Punkt ab. Diese Symmetrie negiert sich zur Asymmetrie. Und aus beiden entsteht ein spiegelsymmetrisches Gebilde. Die kreisende Bewegung der gewählten Beispiele führte uns zugleich wie eine Spirale von unten nach oben. Den konkreten Gang, den Hegels Enzyklopädie der Wissenschaften nimmt, zeigt der obere Teil des Modells. Von links unten beginnend kann der Besucher den roten Punkt, die einzelnen Stationen verfolgend, bis nach oben verschieben. Schließlich wird von der Logik ausgehend über die Natur der Geist erreicht. Das kleine Dreieck zeigt die Weltgeschichte als Entwicklung des Freiheitsgedankens. Der einzelne Mensch handelt Hegels Theorie zufolge frei in der Geschichte, die ihn aber als Werkzeug benutzt. Seinen Höhepunkt erreicht die Entwicklung des Geistes im absoluten Geist, in der Kunst, in der Religion und in der Einheit beider, der Philosophie. Musik Musik Musik